Die Truhe mit den Münzen Es war einmal ein Mann. Er war sehr reich. Er hatte zwei Söhne und zwei Töchter. Er versprach, ihnen nach seinem Tod all sein Geld zu geben. Die Kinder waren gierig und wollten nicht so lange warten. Der älteste Sohn sagte zu dem Mann, Gib uns dein Geld jetzt und wir werden uns um dich kümmern. Der Mann gab seinen Kindern all sein Geld. Seine Kinder waren sehr glücklich und für eine Weile kümmerten sie sich um ihren Vater. Aber bald endeten sich die Dinge.